Daim, 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 daim. Daim, 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 daim. Hallo, ich bin ein Hai! Hai, ich bin ein Hai hätte ich sagen sollen. Scheiße. Ey, Digga, jetzt habe ich so eine Option gehabt für so einen Witz, Digga, und ich verkack's einfach. Du hast richtig verkackt. Egal, Freunde. Hai, ich bin ein Hai, und Odoman ist mit dabei. Digga. Kleiner Hai! Hau rein, Bruder. Ich werde Rapper, alles gut. Dün, 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 dün. Lukas, auch am Start. Kleiner Hai! Ja, was geht ab? Season 3. Äh, 2, äh, ich halt die Fresse. Ha, 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 ha. Großer Hal Weißer Hal Und Freunde, ihr habt es vielleicht schon gehört Wir machen heute auf jeden Fall Dart Nur ein bisschen auf Freak-Device Denn wir benutzen heute die Haie, um sozusagen unseren Loot auszuwählen Und wie wir das heute machen, ist es ein bisschen anders Alle, die die Dart-Folge mit dem Boot kennen Wissen vielleicht schon, wie wir das Ganze jetzt hier machen Denn es gibt das Ganze nicht kreativ Danke nochmal an Epic Games Aber ansonsten würde ich sagen, Freunde Jetzt kommt ein kleiner Erklärungspart Freunde, ihr wisst heute, wie Dart funktioniert Deswegen brauche ich gar nicht so viel erklären Aber das hier funktioniert ein kleines bisschen anders Denn wir werden versuchen, die Haie zu fangen Werden dann diese Dart-Fläche bauen Dort mit diesen Haien in den Strudel fliegen Auf die Platte fliegen Und da, wo wir eben landen, kriegen wir dann dementsprechend Kisten In der Mitte kriegen wir drei Kisten Daneben zwei, dann eine Und ganz am Rand dürfen wir null Kisten öffnen Heißt je nachdem, wie viele Kisten wir freischalten Desto mehr Kisten dürfen wir am Ende öffnen Eigentlich easy, jetzt geht's los Ach ja, und bitte benutzt meinen Crater-Call, Freunde Wenn ihr es nicht gemacht habt, weil das hilft echt extrem weiter Weil ich bin außer Puzzle wegen der Aufnahme So, Freunde, ihr seht schon Wir sind jetzt auch hier drinnen in Battle Royale Das dauert einfach ein halbes Jahrhundert Bis man es hier hinkriegt, diese Haie und alles zu bauen Und so, weil einfach ist es Fortnite Ich frag mich bitte nicht Ihr seht schon, Freunde Wir haben hier hinten den Strudel Da liegt Fläche Und Odoman fängt an mit seinem allerersten Sprung Komm, Bruder, geh Mach direkt los Auf geht's, komm Komm, Junge Auf den Sprügel Nicht lernt, hast du Äh Ja, Bruder Wenn man nicht mal damit gutes Aim hat, Digga Bruder, ich komme Oh, oh, oh Oh mein Gott, der Hai Holy Shit Okay, Odoman ist hier gelandet Äh, mein Hai ist gestorben Haben wir noch einen Hai? Nee Ja Okay, Freunde Dann geht's weiter mit Lukas als nächstes Bitte schnipp der Hai nicht, damit ich den benutzen kann Digga, mein Hai, was macht der? Komm, Lukas. Kontrollier den. Warte, ich hol den wieder. Kontrollier den. Komm her, Bruder. Oder sonst hole ich den gleich einfach und ich mach beim Zähl. Okay, pass auf. Oh. Er hat angebissen. Okay, Lukas, komm, mach deinen Job. Okay, ich dreh um. Wirfst du einmal komplett um diesen Strudel rum. Wünsch mir Glück. Komm rein, komm. Und, let's go. Er hat getroffen. Okay, der zählt jetzt. Oh, bitte. Oh. Digga, auch bezahlt, Freunde. Ja. Das ist schwer, Bruder. Das ist ganz schwer. Ich hab mal. Nice, Digga. Perfect. Jetzt kann ich auch arbeiten. Endlich mal. Okay, Freunde, ich bin dran. Mein High ist einfach gerade am Bergsliden. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir haben beide Metall getroffen. Beide sogar auf derselben Stelle. Huh. Und. Oh. Oh mein Gott. Ah. Es war aufbezahlt. Holy shit, Junge. Jetzt haben wir alle dasselbe gekämpft. Okay, komm, Lukas, du machst direkt hinterher. Okay, komm, ich baller direkt. Oh. Er fliegt, er fliegt. Oh. Scheiße. Das war ein Stein, Freunde. Oh, Maschallah, wir händen dich für gute Items, Digga. Komm her. Oh, du bist dran. Und Metall. Und nein. Nein. Oh mein Gott. Was? Was? Perfekt. Jetzt haben wir keine Haie mehr für mich. Ja, ich liebe das Spiel, Digga. Geh in strudeln. Überleb einfach nichts. Geh in strudeln. Ich geh in strudeln, ich bin ein Hai. Oh. Spin, spin, spin. Oh nein, was mache ich jetzt? Huh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab heute einfach mitte getroffen. Ja. Ähm. Okay, das zählt nicht. Ich weiß, lass mich in Ruhe. So, Freunde, wir sind jetzt hier fertig mit Agency. Ihr seht schon, ich hab gerade einfach Half-Life, weil ich mich erst mal mit irgendwelchen Leuten bächeln muss, damit ich mich damit noch mal angekriege. So, eine Runde ist gleich schon wieder zum zehnten Mal zu Ende und sowas. Deswegen haben wir uns gesagt, wir machen jetzt nicht nochmal genau das für den letzten Wurf. Für den letzten Wurf, danke. Bevor jetzt wieder doot in die Kommentare kommt. So, komm, komm, nimm, nimm, nimm. Endlich. Perfekt, Freunde, jetzt können wir auch anfangen. Sondern, Freunde, wir starten als allererstes mit einem kleinen Battle, denn wir machen ein Race. Ein Race? Ein Race jetzt, Digga. Und es geht jetzt mit diesem Race darum, Freunde, sehr gut zu sagen, die meisten Kisten kriegt der erste durch drei, der zweite eine, der letzte keine. Und, weil ich noch keinen Wurf hatte, würde ich sagen, bin ich der, der voraus fährt. Warte, wo sollen wir hinfahren? Lass zu Misty. Komm, wer zuerst mal Lazy Length ist. Nein, lass zu Misty Meadows, Digga. Komm. Da, unter diese Brücke. Es geht sofort los. Let's go, Freunde. Okay, komm, wir fahren doch nur bis Lazy Length. Ist es schneller, wenn man hüpft? Ja, das frage ich mich auch. Digga, ich sage hier gar nichts. Ich werde gewinnen. Oh, ich glaube, es ist nicht schneller, wenn man hüpft. Wir benutzen andere Takt. Wir benutzen andere Takt. Ich sage, es werden alle denselben Weg gehen. Das Ding ist, Lazy Lake musst du da nicht hochkommen, weil da der Wasserfall ist. Ja, meinst du? Ja. Stimmt. Äh, ja, Freunde, Digga, die Challenge ist auch super. Warte, vielleicht können wir mit dem Hai aber hochspringen, Digga. Komm mal zurück. Warte, Bruder, ich habe Platz für Beschäftigung hier. Ah, mit springen kann man schon. Digga, also ich schwimme auf Gelingen aus da rum, Digga. So ein Ding ist so. Meinem Hai geht es nicht gut, Jungs. Warum? Meinem Hai geht es nicht gut. Wo ist der? Ich weiß nicht. Hä, der rennt weg. Der rennt irgendwo oben auf der Brücke rum. Bruder, komm mal her. Okay, Freunde, da muss kurz pausiert werden. Wir haben technische Störung. Mein Hai ist einmal weggelaufen. Ich habe mein Hai verloren. Ja, Bruder, mein Hai macht gerade Battle Royale, Digga. Ah, und er ist wieder im Wasser. Okay, komm. Ey, mein Hai? Er schwimmt wieder. Er weißt mich. Okay, so, Freunde, wir sind wieder zusammen. Jetzt können wir weitermachen. So, dann würde ich sagen, Freunde, weil das gerade nicht funktioniert, machen wir jetzt einen Weitsprung. Das passt ja auch noch so indirekt zu DART. Denn, Freunde, wir haben hier bei Agency diese kleinen Rampen und wir können sogar springen mit dem Hai. Derjenige, der im Weitsprung kommt, gewinnt drei Kisten. Und ich würde sagen, wir machen drei Jumps. Drei, zwei, eins. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett... Lass doch Rampen nehmen von Agency. Okay, Lukas, mach du jetzt mal. Wir wollen mal gucken, ob es funktioniert. Okay, 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 okay. Done. Ready? Ja, komm. Ich bin nämlich ohne Sprung gesprungen. Also einfach so gegen gefahren. Oh! Äh. Ja. 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 Hey. Äh. Wir lassen die letzte Runde raus und kommen einfach sofort zum Fight. Jürgen, what the fuck, Alter? Fortnite. Ist das einfach alles schiefgelaufen? Ja, Leute, wir müssen echt dazu sagen, heute ist der erste Tag der neuen Season und wir mussten das hier im Battle Royale Modus ausprobieren, anders geht's ja nicht. Ja, Freunde, ne? Jetzt mal auch kurze Ansage an Epic Games. Was ist falsch mit euch? Macht doch mal Updates und crazy, Junge. Das letzte Update, Freunde, das letzte Item, was wir bekommen haben, jetzt mal abgesehen von diesen Galerien und so, die keiner benutzt. Das letzte Item waren diese Trickplatten und das war am 12. Dezember. Fortnite, hallo? Oh, genau. Nervt mich nicht, Odoman. Ich bin auf Operation gerade, aber Epic Games rastet auf. Kommen wir jetzt aber auch zum Fight, Freunde, und das wird jetzt ein bisschen anders funktionieren, weil wir ein paar Probleme hatten mit dem ganzen Start und so. Ihr seht schon, wir starten schon mit einer Waffe, die werfen wir aber sofort weg. Und ich darf drei Kisten öffnen, Odoman darf drei Kisten öffnen und Lukas darf vier Kisten öffnen. Nein, ich darf vier und Lukas darf drei. Genau. Mö, ne, ich darf vier. Ja, genau. Und das jede Runde erneut, Freunde. Wir machen jetzt drei Battle Runden mit einem Leben jeweils und wir dürfen immer wieder neue Kisten öffnen. Da würde ich sagen, let's go, Freunde, es geht sofort los. Wir haben jetzt im Anschluss keine Waffen und müssen uns sofort die Kisten suchen und proben, Leute. Ich heule, ich habe drei Kisten aufgemacht. Zweimal Farmers, einmal M4. Ich hoffe, ich kriege überhaupt eine Kiste, bevor ich mich finde. Letzte Kiste ohne Pumpgun. No, ich habe keine Pump, Digga, nur Müll. Nein, Junge, warum komme ich denn nicht hoch? Okay, so. Willst du die Kiste? Mitbauen? Erste, nice. Mitbauen? Ja, ja, mitbauen, mitbauen. Wir wollen direkt zur zweiten. Oh, oh, ich höre jemanden bei mir. Nein, was ist das für eine Waffe? Hello? Hallo? Was macht ihr gerade? Ich schieße schon jemanden ab. Hä? Ich bin nicht bei dir. Einer war genau auf mir. Wo meinst du? Öh, ich mach die Zone. Dirkas. Ja, von dem. Oh mein Gott. Der war doch da. Von dem. Deine Abstaubung, Digga. Oh, tschüss, Kidman. Jo. Bro, Kranaten. Bombe, Bombe, Bombe. Ey, 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 oh mein Gott. Ich habe eine Pump, vergesst es nicht, ne? Labe, hast du echt eine Pump? Ja, hat er eben gesagt. Nein, was mache ich? Nein. Oh, okay, erste Runde haben wir komplett Chap-Kisten bekommen. Dann geht es direkt weiter mit der zweiten Runde, Freunde. Wir verlinken eine Zeit, weil diesmal wollen wir die besseren Waffen haben. Und das auch vielleicht, bevor die anderen überhaupt was lösen können. Ich weiß sogar direkt hier. Nein, scheiße. Scheiße. Oh, MP. Komm, 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 komm. Nein, gib mir doch eine Pump, Junge. Pump, ja. Kidman. Nein. Junge, was feiertest du auch direkt gegen mich, Junge? Hätte ich in Ruhe gelassen, hättest du mich in Ruhe gelassen. Deine Schnauze, Junge. Oh, Junge. Aber Lukas hat eine Pump-Kahn. Ich habe keine Pump, ich habe eine taktische. Trotzdem, ich habe gar nicht, ich habe eine AR. No front. Hast du schon alle Kisten offen? Ja, alle drei geöffnet. Geh weg, Lukas. Darf ich ohne mal einen Salute holen? Ja, ne? Wenn du willst, wenn du ihn kriegst. Ja, kriege ich den. Ey. Ja. Er macht versteckte Pollen. Was meinst du? Ach, man. Rest du weib, Bruder. Ach so. Äh, äh. Ja? Hast du jetzt doch meine Pump gesehen? Hör auf, Lukas. Was spaßt. Wo bist du, Digga? Weiß nicht. Vor allem, ich wechsle erst mal dreimal Waffe, bevor ich anschließe. Oh. Nein. Ah, ich habe mein ganzes Besteck auf meinem Tisch runtergeworfen. Wow. Wow. Was mache ich? Wo bist du? Was mache ich? Ja. Nein. Ich habe den nicht verlöst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga. Ey, das ist ja auch anders OP hier im Wasser. Ey, das war ohne mal OP. Vor allem, das waren sogar noch die Fallen, die ich von Otoman aufgehoben habe und dann nochmal platziert habe. Let's go, Freunde. Zweite Runde haben wir gewonnen. Wir droppen direkt weiter in die dritte. So, drei Kisten haben wir wieder, Freunde. Ganz easy, ganz easy. Wir müssen einfach nur beheilen, dass Otoman und Otoman schneller sind als wir. Sollen wir chillen, Baby. Jo, ich habe ein einziges noch vorhanden, aber ich kriege keine einzige Kiste. Mach schon mal, sag einfach zu hübsch. Bruder, ich habe eine Kiste bis jetzt nur geöffnet. Ich habe wieder nur Müll. Direkt zwei Kisten nebeneinander. Bitte gib mir was Geiles. Hä? Ey, einfach nicht. Ich finde die ganze Zeit gar nichts. Hier, drei Kisten in einem Haus. Blaue Pant. Aber jetzt holen wir das. Wenn wir das gewinnen, haben wir sogar alles gewonnen, weil das steht 2 zu 1 und kein anderer kann uns aufholen, weil wir nur drei Runden spielen. Habt ihr eure Kisten aufgemacht, alle? Alles ist offen. Otoman, let's go. Hallo? Stopp, hey, hallo. Guck mal, wie er weggrennt. Guck mal, wie er weggrennt. Guck mal. Oh. Oh. Piss dich. Nein, Lukas, schießt noch auf mich. Oh shit. Fuck, ich bin low. Bin low. Hallo, Lukas. Oh mein Gott. Ich habe Not-Rot-Gefahrt, Junge. Ich habe Not-Rot-Gefahrt. Ich bleib vor uns, nein. Ah, übrigens, ich habe ein Jahrgewehr. Ja, habe ich gemerkt. Oh ja, wollte ich nur sagen. Damit verabschiede ich mich, Freunde. Geile Folge, geiles Battle. Okay, die Folge war jetzt ein bisschen weird, aber ich fand sie geil. Lass mich in Ruhe. Okay.